Herzlich willkommen bei 2M hoch 2. Ja, die Weihnachtszeit beginnt und wir sind heute in Siegnath zu Gast bei Amalia Höller. Aber in Südtirol und auch über die Südtiroler Grenzen hinaus kennt sie jeder als Mali und wir wollen heute lernen wie man echte Südtiroler kekse packt. 2M quadrato vi porta oggi a poca distanza da Bolzano, siamo assignato sulla strada per il Renon, siamo ospiti del Baumannhof, quella che vedete è la signora Mali, molto conosciuta, manca poco al Natale e noi vi portiamo a scoprire una delle ricette più antiche per i classici biscotti natalizi. Viva Matteo, per fare questi biscotti di Natale devo prendere 350 grammi di burro, 400 grammi di zucchero, 4 uova, un goccio di rum, bustina di lievito e di zucchero valignato, dopo Limone e Orangia gratuciato, metto tutto dentro e dopo un Kilo di Farina. Mi raccomando, non dimenticare un po' di sale e dopo impastare bene e pronto. Un capito André? Sagt's mir nochmal auf Deutsch. Also, um die gewöhnlichen Weihnachtskäckseln zu machen, braucht man 350 Gramm Butter, 400 Gramm Zucker, ein bisschen Salz, vier Gaggeln, ein bisschen Rum, so ein Schuss, Saft und Schale von einer ganzen Zitrone und Orange, ein bisschen Backpulver, ein bisschen Vanillezucker und ein Kilo Mehl, das dann alles gut so drunter rühren und nachher mit den holzenden Krapfentriebeln ausweigen und ausstechen. So, Mander, jetzt möchte ich mir helfen, ein bisschen ausstechen. Matteo, ceboi, mangiare, devi, fac qualche casa. Allora! Vierge Und bis Unsere Weihnachtskeks sind fertig. Wer mehr von echt Südtirol, der echten Südtiroler Küche kennenlernen will, Mali hat ein Buch geschrieben, wo man ihre ganze Kunst nachkochen kann. Als André erklärte, die Kucina Tirolse und auch diese Biscotti sind in einem Buch, ein Buch geschrieben, Mali, für die kleinen und größten Gegründe der wirkliche Kucine Alteatesina. Buch erinnert, von diesem Buch geschrieben in 1947, von der Mutter, Mali. Hier sind alle Gegründe für die Kucine zu lernen. Bis zum nächsten Mal bei Zwei Mach Zwei und schönen Nikolaus. Untertitelung des ZDF, 2020